Reaktor online Sensors online Weapons online All systems nominal Und der zweite an meiner Seite ist Warcry Den dürfen die ein oder anderen ja wahrscheinlich schon mal in meinen Videos gesehen haben Der gute, wo ist er denn? Mal umdrehen und Kogorn Da, da, im Firebrand Ähm, ja, er hat was Ähm, hat ein Ha, ey Ist auch schon wieder viel zu spät eigentlich, um vernünftigen Kram von mir zu geben Vielleicht sollte ich das Video einfach stillschweigend aufnehmen, tue ich aber nicht Ähm, auf jeden Fall Äh, ich bin unterwegs im Stalker auf 5M Ähm, aufgrund von Jonas Deren weiteren Namen für mich gerade nicht ein, aber ist ja auch gar nicht so wichtig Der ist auch immer wieder fleißig in den Comments mit am Start Eigentlich gar nicht mal so drauf, gehen wir mal hier oben, klar Fühlt sich ja ein bisschen ab Ähm, er hatte sich ein Stalker Video gewünscht Der Bild war relativ egal, er wollte entweder ein Orange Bild sehen Oder ein Brawler-Bild Und ich habe mich mehr so für den Brawler-Bild entschieden Und im 5M ist es eine sehr coole Geschichte Er ist nämlich ausgestattet mit 4 Medium Lasern Die abgerundet werden durch einen Large Laser Der im Center draußen sitzt, also man kann auf Etwas mehr Long Range Distanz Schon mal ein bisschen beim Gehnaum rutzeln Und Zugleich hat man hier den Vorteil Wenn man die Seitentorsi verlieren sollte Ach ja, Jemini Dann hat man zumindest noch den Large Laser über Um sich so ein bisschen als Zombie noch verteidigen zu können Okay Alter Oh, verdammt Jetzt hier im Rückwärtskampf kommt dann natürlich auch so ein blöder Hugel Verdammt, verdammt Boah Lass halt mal richtig krachen, Leute Fuah Ich mein, jetzt kommt mir der Hugel natürlich zugute Damit Da ich mich dahinter verstecken kann Aber gerade hat es mich noch ein bisschen gestört So Aber Die Fonten bilden sich hier gerade Unser Team sammelt sich hier Der Gegner sammelt sich da drüben Das ist ganz nice Zum Bild nochmal Man Arbeitet auf Distanz halt dann schon mal Bis gegen den Large Lasern Und ab Mid-Range nimmt man die Medium Laser schön mit dazu Und alles was zu nachher bekommt Wird halt noch richtig schön mit den Streaks bearbeitet Und ich liebe es Gegner noch nicht schön mit den Streaks zu bearbeiten Zumal hier 5 Streaks Short-Range-Messals im Chainfire abgefeuert werden Die beim Gegner einfach ohne einen Kopf mit Shakes vorgesachen Das macht mir immer eine diebische Freude, muss ich sagen Und was ich noch im Loswerden wollte Für Jonas, ach nicht für, 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 hier, Crushboy Es scheinen generell Evi dann nicht alle mitgekriegt zu haben, wenn ich das so höre Äh, Crushboy verfolgt ja eigentlich auch meine Videos Und, äh, wenn ihr mal meine Videos verfolgt und das nicht weiß Muss ich es glaube ich nochmal erklären Ich erwähne am Ende der Videos ja immer Razer-Comps Das ist für mich die Kommunikations-Plattform, die ich total gerne verwende Das ist sowas wie TeamSpeak Es befindet sich in der Beta-Phase und wird kostenlos von, ähm, Razer-Angeboten Das ist dieser Gaming-Peripherie-Hersteller Also, von denen gibt's ja Tastaturen, Mäuse und das Ganze mit Hüns Und die haben in der Beta-Phase halt Razer-Comps rausgehauen Das ist so wie TeamSpeak, nur dass man keine Server braucht oder sowas Sondern halt einfach hier sich den Chat zusammenbastelt und fertig Man hat eine Friends-List, kann da ganz normal chatten, man kann Gruppen erstellen Und da würde ich euch die Gruppe Sex Games & Drag & Pull natürlich besonders empfehlen Das ist meine Gruppe Ja, der sieht ja echt schon ein bisschen angefressen aus Und dann tretet ihr einfach der Gruppe Sex Games & Drag & Roll bei Und dann habt ihr instant direkt erstmal massig Leute, mit denen ihr immer und immer wieder zocken könnt Also Leute mit denen es auch Spaß macht zu zocken Es sind immer Leute dabei, die was drauf haben, wo man sich über Builds austauschen kann Es sind aber genauso gut auch Anfänger dabei, das ist wirklich sehr bunt gemischt Ihr habt wirklich alles, ihr seid nie einsam normalerweise Ihr findet wie gesagt immer jemanden zum Zocken Und findet auch oftmals Hilfe, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob der will, den er abgut ist Oder was man daran verbessern könnte, da gibt es genug Leute mit denen man da rüber schnacken kann Oder wenn ihr einfach einen Fun-Drop machen wollt Oder halt einfach mal nicht alleine zocken wollt Sondern ein bisschen koordinierter mit Leuten abgesprochen Dann ist das auch wieder direkt was für euch, für jeden einmal Und da bildet sich inzwischen eine richtig, eigentlich eine sehr nette kleine Razer Und da kommt Sex, Games & Truck & Roll Community Was für mich natürlich nochmal besonders cool ist, weil das heißt auch für mich, dass es funktioniert Ja man, wir ist geschenkt, du Streaks Und Rocktry nimmt dich mal richtig auseinander Aber ich klau dich Ihr müsst aber auch noch was hocken Da Komm, schnell rum da Rum, 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 rum So, gehen wir mal auf die, ja Irgendwas habe ich, äh Glaub ich angeleitet, ich glaub den Awesome oder so Ah, der Oben, hallo Oh, setzen wir uns hier nochmal eben Arty oder Ass-Trike hin Aber, ich war schon weit genug weg Für mich ist das relativ Jetzt mal eben hier wieder hoch und hinterher Wo sich der Gegner wohl hin bewegt hat Äh, also hier beweist sich der Bild auf jeden Fall schon mal wieder Komm ich hier mit meinem Assault mich nicht mehr hoch, das macht mich ganz schön traurig Das ist doch ein Semmelin, der muss das können Ich glaub, er kann's sogar Ich denk, ich kann's, ich denk, ich kann's, ich denk, ich kann's Das ist doch irgendeine olle Lokomotive aus dem Kinderbuch Wuhu Und ich kann's wirklich, oh yeah Aber jetzt sind sie da komplett auf der anderen Seite, ne Bei Stargriff 2 nennt man das, glaub ich, ein Base Trade oder sowas Oh, Wumpe, hin da Kaportschießen Nützt ja nix, ne Gehen wir mal jagen Da flattern ein paar Long Range Missiles Nice Ach ja, mir fällt auch noch ein, was ich auch nochmal so loswerden wollte Ich hatte ja überlegt, also tatsächlich auch wichtig, diese Woche täglich ein Video rauszubringen Weil ich halt letztes Wochenende gar kein Video rausbringen konnte Aber ich hatte so das Gefühl, dass täglich ein Video vielleicht tatsächlich ein bisschen zu viel sein könnte Dass es so die Truppe, die Leute, die Menge, die Masse übersättigen könnte Und hab's dann doch mal bleiben lassen Ich hab jetzt halt für den Donnerstag eigentlich ein Video aufgenommen Das hab ich aber ausgesetzt, das werde ich am Samstag veröffentlichen Da sei schon mal gesagt, das Video ruggelt ziemlich Also bei mir war's super Ich habe nämlich mal Vsync deaktiviert Und hatte auch direkt viel mehr Frames Aber das hatte direkt den Dicknater mit sich gebracht Das hab ich leider erst später gesehen Dass das Video an sich wirklich stark am ruggeln ist Und das ist natürlich ein bisschen schade Komm, 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 komm Ach, ja, nein! Ah, Mann! Aber das Video war halt so mäßig cool Da hab ich einen Battlemaster 1G präsentiert In einem Nahkampfbild In einem sehr simplen Nahkampfbild Der aber unfassbar viel Schadenspotenzial hat Und deshalb werde ich das Video auf jeden Fall trotzdem online bringen Aber seid halt schon mal gewarnt, dass es relativ hochkühlt Also Leute, besten Dank fürs Zugucken Wie gesagt, für diesen Bild findet ihr einen Smurphy-Link in der Videobeschreibung Das hab ich glaube ich noch nicht gesagt Egal, ihr findet einen Link in der Videobeschreibung Den kopiert ihr, fügt ihr irgendwo ein Dann habt ihr den Smurphy-MacLab, wo ihr den Bild sehen könnt Und den Download-Link für Razer-Comments Findet ihr auch in der Videobeschreibung Also Leute, besten Dank fürs Zugucken Haut weg Ich wünsche schon mal ein traumhaftes Wochenende Besten Dank an meine beiden Begleiter Ja